Hey Freunde was geht ab? Heute spielen wir Notruf Hamburg und wir testen richtig viele Mythen und dazu müssen wir jetzt als erstes mal in die Bank gehen und hier gibt es einen richtig heftigen Mythos Es soll hier nämlich einen geheimen Waffenraum in der Notruf Hamburg Bank geben? Boah, das finde ich schon ziemlich crazy Dazu schreibt Roblox Gaming GG, wenn man hier in diesem Büroraum ist Ich setze mich hier jetzt mal hin Freunde Wenn man in der Bank bei der Mauer im Büro steht und sagt Spawn Admin Car dann bist du in einem Raum voller Waffen Boah, das finde ich crazy Also an dem Raum hier und dann an der Wand stehen Ich stelle mich mal so hin Warte mal so, ist dazwischen eine Wand? Dazwischen ist glaube ich nicht so viel Mal gucken, vielleicht ist da ja noch ein kleiner Secret Raum Wir werden es mal testen Wir stellen uns da mal ran und sagen jetzt mal Spawn Admin Car So, wo ist jetzt das Auto gelandet? Auto ist jetzt gelandet Oh, hier kann man nicht durch Hier ist das Auto gelandet Oh mein Gott ey Wir haben hier einfach ein Auto im Büro Das geht gar nicht Okay, ich glaube das ist nicht da, wo er meinte, wo wir hin sollen Warte mal, dann muss ich nochmal ins Büro gehen Weil es gibt hier tatsächlich einen Zwischenraum Nicht in diesem Raum glaube ich Also ich weiß zumindest von einem Raum, Zwischenraum im Tresor Da wurde ich im letzten Livestream reingeglitscht Aber ey, ich konnte da wirklich nichts für Da habe ich 0,0, konnte ich gar nichts für So, ich mache jetzt einfach mal Car Äh, ja Das ist der Raum, den ich meinte Hier hinter ist nämlich der Tresor Ähm, joa Äh 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 Okay, anscheinend funktioniert das irgendwie Wenn man auf dem Private Server ist So ein Admin Car Und dann mache ich mal 2 Car Äh 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 Irgendwie funktionieren Okay Hm, ich muss mal hier wieder raus Kann ich irgendwie hier das Auto wieder Äh Äh Boren Ich habe das Auto jetzt mal rausgenommen Und jetzt gehe ich wieder zum Auto Okay Jetzt bin ich zumindest aus der Bank Äh, aus dem Tresor raus Okay, 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 okay Das reicht mir jetzt mit der Bank Wir müssen direkt zum weiteren Mythos Also dieser Mythos ist so mehr oder weniger bestätigt Eher so Ja, mit Cheaten Als Admin Jeder schon fit Ansonsten eher leider gebastelt Der zweite Mythos ist, dass man über einen Kreisverkehr Fahren kann Und dazu Muss ich mir jetzt erstmal Mein Bugatti holen Denn der Bugatti ist mit 320 kmh Das schnellste Auto In Notruf Hamburg, Freunde Und wenn nicht Mit dem schnellsten Auto Mit welchem Auto sollte man dann Über den Kreisverkehr rüberfahren Komm, wir geben direkt Gas Und fangen mal mit dem Ersten Kreisverkehr an So, wir fahren natürlich nicht aufs Schild rauf So, und Eww What Okay Also das hat nicht geklappt Bei dem Kreisverkehr Dann gehen wir hier mal wieder ordentlich Stoff Und versuchen über den Zweiten Kreisverkehr Rüber zu springen Ich versuche mal so ein bisschen Überere Kante Weil eine Figur schaffe ich es glaube ich nicht Und Oh, ich bin fast gestorben Oh mein Gott Das ist nicht gut Das ist ganz und gar nicht gut, Freunde Aber ist egal Ich gebe Gas für euch Freunde Für die Ersteckbar-Probande Lass mich da auch nochmal blitzen Und wir fahren jetzt Über den dritten Kreisverkehr Und Bam Alter, es klappt einfach Okay, es klappt einfach Warte mal Äh Wir sind hier einfach wirklich rübergefahren Freunde Ich glaube, das ist seit dem V3-Update so Wir versuchen mal langsam Okay Okay, 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 okay Dieser Mythos stimmt einfach, Freunde Daumen nach oben Dieser Mythos ist einfach wahr Man kann wirklich mit dem Bugatti Über einen speziellen Kreisverkehr rüberfahren Crazy Das klappt anscheinend Dann schauen wir uns jetzt Den dritten Mythos ist Von Marlon Gunsche Und er schreibt Wenn du zum Farmshop fährst Und eine Bombe auf der Kasse platzierst Bekommst du das doppelte Geld Als Normal Freunde Und jetzt testen wir mal diesen Money Glitch hier aus Wir legen hier eine Bombe hin Und sprengen die Kasse in die Luft Und schauen mal, ob wir das doppelte an Geld bekommen 3, 2, 1 Und Boom Okay, die Kasse ist nicht auf Vielleicht müssen wir die aufschlagen Und dann ist das doppelte an Geld drin Wir schauen mal Ich hau die mal auf Wir haben jetzt gerade 0 Euro Und ich hab ja schon gesagt Dass man üblicherweise 3.000 Euro bekommt Um den Dreh Das heißt wir müssen jetzt Bei ca. 5.000 bis 7.000 Euro landen Damit wir das doppelte bekommen würden Das heißt, Freunde Wenn wir jetzt hier wirklich alles eingesammelt haben Sieht es leider eher so aus Als wäre dieser Mythos gebastet, Freunde Dieser Mythos ist leider falsch Ihr seht es Ich hab ca. 3.000 Euro erbeutet Also dieser Mythos ist leider falsch Aber wir haben noch ganz viele tolle andere Mythen Und der nächste Mythos Kommt einfach von Markus Stefania Er schreibt Im Parkhaus ganz unten Gibt es einen Geheimgang rechts Okay Dann werden wir da doch mal direkt wieder hindüsen Mit unseren Düsenjetgeschwindigkeiten Also rein ins Parkhaus Und Exit ist hier links Und down geht es hier runter Und keine Ahnung, was hier jetzt abgeht Aber wir fahren hier nach unten Und wollen mal direkt mit Vollspeak in die Wand Ah, doch nicht Und wenn man hier reinkommt Direkt rechts Ich weiß natürlich jetzt nicht, wo welches rechts gemeint ist Von welchem Blickwinkel Wenn man von dieser Tür da vorne kommt Ist rechts natürlich hier Laufen wir mal hier die ganze Seite ab Und schauen mal, ob wir hier ein Ja, Mythos finden Aber leider nicht Wenn man von da oben kommt Ist rechts natürlich hier Dann testen wir mal hier lang Ob wir hier was finden Wenn man von da kommt Ist natürlich rechts direkt hier Also Freunde Ich hab hier jetzt leider nichts gesehen Ich mach mal nochmal die Freecam an Oh 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 Freunde Da muss ich doch nochmal mit den Comments rumspielen Also wir haben hier was gesehen Wir haben hier was entdeckt Liebe Freunde der Sonne Ich spawn mir nochmal mein Admin Car Spawn Admin Car 2 Car Ach, es wird hier gespawnt Freunde Also ich muss leider sagen Dieser Mythos ist leider gebastet Aber das heißt nichts Freunde Wir haben noch ganz viele Tolle andere Mythen Und der nächste Mythos Ist einfach Dass wir hier Die Bank nochmal Ausräumen können Wir gehen nochmal rein Äh, 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 äh Schnell, 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 schnell Übrigens wieder zwei Wanteds Ich weiß gar nicht genau woher Ja, warte mal Showcrimes Ach ja, ich hab ja noch Raub gemacht Äh, okay Also wir können ihn ausräumen Tatsächlich Gehe ich jetzt mal hier zur Bank Äh, zum Auto Mit dem Auto geht's direkt Zum Dealer unseres Vertrauens Wir holen uns nämlich Zwei Bomben Und der Mythos ist nämlich, dass wenn wir die Bank auf unserem Private-Server ausrauben können, dann den Server neu starten, können wir die Bank wieder ausrauben. Und das wäre crazy, weil das ein richtiger Money-Glitch wäre. Also mal schauen, ob dieser Money-Glitch-Mythos wirklich wahr ist. Wir laufen los, ab ins Bankgeschäft rein, Bombe platziert und Bombe hochjagen, Freunde. 3, 2, 1, rein, wir wollen doch die Explosion sehen, let's go. Wir rauben hier alles aus, nehmen natürlich alles mit, Freunde, auch wenn das ein Private-Server ist, müssen wir das machen, weil wir unsere Bomben wieder raus haben wollen, Freunde, let's go. Und ja, jetzt gehe ich hier mal raus, dann seht ihr, dass die Bank direkt wieder rot wird. So, und jetzt gehe ich da hin und die Bank ist rot. Jetzt join ich nochmal neu. Und ich bin gerade neu gejoint und Eintracht-Fan 2017 sagt jetzt, dass ich die Bank nochmal ausrauben kann, Freunde. Und wir sehen es, leider geht es nicht. Ich platziere die Bombe, spreng es hoch und mal schauen, mal schauen, mal schauen. Und leider geht es nicht. So, Freunde, und der nächste Mythos soll hier beim Fahrzeugdealer sein. Und der betrifft einen Notruf, Hamburg-Admin, ey, Tammy City Fool, sorry, wenn ich den Namen falsch ausspreche, was ich hundertprozentig getan haben werde. Es tut mir sehr leid, bitte entschuldige es. Er schreit, der Autohaushändler Mann sieht aus wie Erwin. Also der Autohaushändler Mann sieht aus wie Erwin. Das hier ist der Autohaushändler Mann, Freunde. Er sieht auf jeden Fall fresh aus. Und diesen Hawaii-Skin sehr cool, Freunde. Was ihr übrigens gar nicht wisst. Ich glaube, ich habe das noch nie erzählt. Als ich meinen ersten Skin gemacht habe, als ich meinen YouTube-Kanal aufgemacht habe, war ich wirklich sehr, sehr stark am überlegen, ob ich mir ein Hawaii-Outfit mache. Nicht ein blaues Hemd, sondern so eine Mischung aus Rot, Orange und Rosa. Wenn ihr euch die Farbe ungefähr vorstellen könnt, so ungefähr sollte mein Hemd aussehen. Auch mit Blumen und so. Aber das war mir dann ein bisschen zu viel. Aber ich finde, sowas sieht auf jeden Fall gut aus. Der junge Mann hier hat Drip. Er hat ja auch einen Helm, immer auf einen Helm, sage ich schon. Einen Hut hatte mein erster Skin ja auch, Freunde. Und der Mythos ist einfach, dass das der Skin von Meister Erwin ist. Ein Notruf Hamburg-Admin, ein Notruf Hamburg-Entwickler, Freunde. Und ich blende euch hier mal den Meister Erwin-Skin ein. Und jetzt müsst ihr selber entscheiden, ist das Meister Erwin oder nicht, Freunde. Also für mich sieht es auf jeden Fall verdammt so aus. Nur, dass Meister Erwin ja irgendwie noch so eine Gold-Chain hat und einen, ja, Pinguin-Körper. Keine Ahnung, was da los ist. Aber let's go. Das ist auf jeden Fall so. Und hier fehlen auch noch so ein bisschen die, ja, die paar Bänder fehlen hier hinten außen. Ja, aus dem Hut noch so. Okay, er ist nicht ganz Notruf Hamburg, äh, nicht ganz der Notruf Hamburg-Admin-Skin. Aber, Freunde, was soll's. Passt doch auch so schon. Und jetzt gibt's den nächsten Mythos. Und der nächste Mythos ist einfach von einer Banane. Und diese Banane schreibt, okay, man kann mit einem Auto schwimmen. So, und runter hier. Äh. Freunde, würdet ihr sagen, dass man mit dem Auto schwimmen kann? Also, ich würd's nicht sagen. Dieser Mythos ist leider gebastet. Aber jetzt haben wir noch einen ganz coolen Mythos von Jaden-Ami. Und sie oder er schreibt, wenn man Bapo und Abo abonniert und liked, bekommt man Glück für immer, Freunde. Das kann ich euch nicht versprechen, aber es wäre mega cool, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geht und den Kanal abonniert. Dann können nämlich ganz viele Leute noch mein Video schauen. Und jetzt schauen wir uns den nächsten Mythos an. Mythos Nummer 8. Und Mythos Nummer 8 ist, dass es eine Polizei- oder Sanitäter-Heli gibt, Freunde. So, meine Wanted's bin ich los, meine Sterne. Wir gehen rein, werden Sanitäter, Emergency Doctor vielleicht sogar schon. Und gucken jetzt mal rein, ob wir hier auch einen Heli spawnen können. Also, das haben wir. Wir haben einen Stuttgart-Kasten NEF. Der ist das nicht. Wir haben den Wolfsburg Discovery NEF. Wofür steht NEF? Keine Ahnung. Äh. Weiß ich nicht. Fällt mir jetzt auch nichts ein. Wir haben Avantismo. Ist das leider auch nicht. Der hier auch nicht. Und der hier auch nicht, Freunde. Ey, ich hätte so gerne einen Helikopter in Notruf Hamburg. Aber hier als Sanitäter haben wir das schon mal nicht. Dann muss ich jetzt mal direkt zur Polizei fahren. Und mal schauen, ob wir den bei der Polizei denn irgendwann mal kriegen. Also, hier ab zum Polizisten gehen. SEK werden, Freunde. Let's go. Schiff gestartet. So, hier ist kein Helikopter dabei. Oh, wie viele Fahrzeuge habe ich denn schon freigeschaltet? Ey, crazy. Sie. So, können wir den schon freischalten? Ja, den können wir schon mal freischalten. Der ist es nicht. Können wir den freischalten? Ja, den können wir auch freischalten. Den hier kann ich leider noch nicht freischalten. Und den hier auch nicht. Aber, Freunde, da fehlt nicht mehr viel. Aber ein Helikopter ist leider nicht dabei. Also, dieser Mythos ist auch gebastelt, Freunde. Aber es gibt noch ganz viele andere Mythen. Und davon sind sogar einige wahr. Also, schau dir jetzt am besten das Mythos-Video auf der rechten Seite an. Bis dann und ciao.